Wir sehen hier Palmen und natürlich dieses hochauflösende Netz. Also, ich würde schon sagen, ihr spielt in Berlin. Was? Das war schon nicht witzig. Ich weiß. Bist du behindert? Ich bin Lobbywolling. Mit mir wieder. Alter, du bist schon drei Videos in Folge auf meinem Kanal zu sehen. Geil! Was geht's los? Lobbywolling Time! Bist du bereit? Ja. Alter, so gut zu finden. Ja, Niklas, so gut zu mir nie. Das Spiel leckt! Auch nicht. Und du sagst zu mir noch vorhin, Lobbywolling leckt bei dir. Was, Lappen? Nein, ich habe gedacht, dass es leckt. Aber es ist nur, weil es so langsam ist auf einmal. Die Dinger sind so scheiß und langsam. Ja, weil wir gerade 200% gespielt haben. Nein! Doch, als ob. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich mach das. Ich will das Erste schaffen. Ah! Loll. Hua! Als ob. Das kann es nicht sein. Und ja, wir wollen ein Thema ansprechen. Ich weiß das Thema wieder nicht. Auch nicht. Aber wir denken. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wo genau Lobbywolle eigentlich spielt. Ich meine, wir sehen hier Palmen. Wir sehen hier Palmen. Und natürlich dieses hochauflösende Netz. Also, ich würde schon sagen, du spielst in Berlin. Das war schon nicht witzig. Ich weiß. Bist du behindert? Das war voll nicht lustig. Das war richtig unlustig. Und den Lauf entdeckt. Guck mal, das Wasser im Hintergrund. Boah, man merkt richtig. Wieder Fische im Wasser sind wieder. Marcel, da hinten sehe ich einen Wal. Äh, nee, das ist ein Schwein. Oh. Sorry. Alter, das kann es nicht sein. Nix da. Wie wir gleichzeitig gesprungen sind. Mann, ich habe doch gerade noch gewonnen. Entschuldigung. Okay, wollen wir jetzt 130 oder sowas? Okay, wollen wir 130. Bei Pro? Ähm, ja. Oh Mann, das ist so traurig. Ich habe eben so nicht auf den Score gehabt. Das ist in Berlin. Okay, bereit? Ja. Gut. Das ist aber angenehmer als 100%. Oh Gott. Wie ist das? Das hoher auflösen, der Netz. Oh mein Gott. Warte, warte. Alter, hier ist ein Riss im Netz. Geil. Oh Gott. Oh, der war überrascht. Leu. Leu. Boah. Überrasch mich. Als ob. Oh. Fick dich. Easy. Easy. Man, ich bin so kacken. Ich komme nicht drauf klar, wie schlecht ich in dem Spiel bin. Ich springe vor den Flick. Ich komme nicht drauf klar. Ich kriege es nicht hin. Oh Gott. Kann sein, dass du das Spiel jetzt nur noch mit Springen besiegen willst. Ja, jetzt klappt es aber nicht so ganz. Okay, ne, jetzt. Jetzt muss ich. Tja, ich würde mal sagen, ich gewinne gerade. Ja. Blut, nein! Nein! Jetzt 160? Ja, okay. Geek. Ja, ich bin ein Geek. Und ja, wir wollen eigentlich noch ein Thema ansprechen und zwar, bist du bereit? Ja! Ich hau ab, tschüss! Oh Gott! Unfair, ich hau ab, tschüss. Fick dich! Mann, warum bin ich so schlecht? Schmetterball! Was? Oh, Tricks. Mann, Pum. Cheater. Wir reden ein bisschen wenig, kann das sein? Ja, weil ich mich hier konzentriere! Und überhaupt habe ich die Aufnahme vergessen. What the fuck? Oh, fuck! Ja, wir wollen noch ein Thema ansprechen. Kennt ihr den aus Dracon Joe's Story? Wie ist der? Ne? Ne. Das ist dieser mit diesem Lockenkopf, oder? Das war irgendwie der... Ne. Wie hieß denn der nochmal? Jetzt letzter Ball, bist du bereit? Ne. Mit 200? Ich bin echt gut, kann das sein? Bei mir laden die 200er nicht. Ja, weil du ein Opfer bist. Es gab auch 110, der wäre ausgerassen, egal. Ja, ich meine ja, dass wir so im 30er Schritt zu 200 dann... Ach, von 100, 30 auf 180. Ja, wir haben ja auch 160 gespielt. Bist du bereit? Mann, wie heißt der nochmal? Oh. Hallo? Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht. Leute. Du bist so ein Penner. Manchmal hat man übrigens in dem Spiel keine Tüten. Oh. Das Spiel macht mich aggressiv. Ich will irgendwo gegenschlagen, wo du willst. Was? Was? Junge, lol. Jungs! 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 Mann! Lol, er ist das gelaggt? Was? Lol. Jungs! Was ist denn mit der Typ? Können wir jemals einen Ballwechsel rauskriegen? Ja! Kommen wir jetzt einmal noch 100er. So zum Abschluss. Das kommt einem jetzt richtig langsam vor. Ich habe keine einzige Runde gewonnen. Kommen wir nochmal 100. Ja, das lädt nochmal Bill. Weißt du? Ah ja, wir wollten ja ein Thema ansprechen. Welches? Du wolltest schon drei, du hast. Du hast jetzt schon dreimal. Okay. Du hast jetzt schon dreimal gesagt, dass du ein Thema ansprechen willst. Das Thema, worüber wir reden wollen, ist Eishockey. Aha. Kann man auf Wasser Eishockey spielen? Ich denke schon. Alter, wie langsam das einfach ist. Äh! Läuft! Kiek! Und mich juckt's! Ah gut. Anser Arm. Alter, was ist das? Dass ich dich hier gerade platt mache. Ist es nicht so, dass ich gewinne? Hier rüber, hier rüber. Alter! Schmetterball! Penner! Schmetterball! Penner! Wieso führst du? Niklas, ich glaube, du kannst es nicht, dass du, wenn du zurück bist, auch gleichzeitig springst. Noi. Weißt du, was ich meine? So. So. Gut. Das kannst du einfach nicht. Du willst doch einfach nur Extrapunkte haben. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ich meine, dass ich sowas... Wenn der Ball kommt, dass du so machst. Du machst immer nur dann so. Ich möchte Ball. Oh! Pen! Komm, komm, komm. Das ist meine, dass du mir so verdient. Ich kann nicht passen. Ich kann nicht passen, selbst. Nee, bitte. Gib mir doch einfach... Gönn mir doch einfach... Gönn mir doch einfach... Scheiße! Punkt! Gönn ihn mir doch! Bitte! Hey, Niklas, das ist der nächste Ballwechsel, den wir je hatten. Hast du eigentlich mit mir gerettet oder mit dem Spiel? Mit dem Spiel. Ich bin der Beste. Der Allerbeste. Der Allerbeste. Shit. Nein, Pugen. Das hat die Source-Erfassung gebracht. Ist echt so grad. Alter, als ob... Ja! Alter, ich mach hier echt so ein Comeback, ne? Was? Guck dich. Ja! Ganz ruhig, okay. Okay. Angetäuscht! Oh Gott. Meiner. Ja, ey, als ob! Ich gewinn das. Würde ich dir sogar tatsächlich gönnen. Ja, weil ich gut bin. Ich finde, das hast du echt im Schluss ganz gut gemacht. Ich bin auch gut. Ich weiß nicht, ob's dir klar wurde, aber ich bin Lobby-Walkernig. Als ob! Ich bin der Access nicht. Ich hab die ganze Zeit nur so getan, als ob ich das Spiel nicht kann. Nein. Ja! Ja, Leute! Ich würd' sagen... Das war's mit dem Video. Lasst'n Daumen nach oben da. Abonniert mich! Abonniert mich! Okay, Leute! Bis zum nächsten Video. Haut da rein! Bis dann! Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!